Heute ist der 6. Dezember und der Nikolaus kommt wieder in die Stadt. Nikolaus wurde den Erzählungen nach 280 n. Chr. in Griechenland geboren. Der im Jahr 300 geweihte Bischof soll sich besonders für die Armen und quasi Rechtlosen engagiert haben. Denn erst ab dem Jahr 1555 gilt der Nikolaus als Geschenkbringer für Kinder. Natürlich hat der Nikolaus auch einen Bestrafer für die bösen Kinder mit dabei, den Knecht Ruprecht, der in Bayern auch Krampus genannt wird. Wobei der Krampus auch manchmal alleine ohne Nikolaus unterwegs ist. Der Nikolaus ist nicht der Weihnachtsmann. Wenn ihr mehr dazu wissen wollt, schaut doch unten in die Beschreibungen rein. Da habe ich euch einige Links dazu gefügt. Ich wünsche euch viel Vergnügen mit diesem Video. Wünsche euch allen eine besinnliche Adventszeit. Ich freue mich jedes Jahr auf den Dezember. Für mich ist das ein ganz besonderer Monat. Bis zum nächsten Mal. Servus. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.